Ja, nur ein bisschen... Noch ganz kurz warten. Ja, ja, kurz warten. Naja, dumm. Ja, das... Hä? Okay. Okay, jetzt schon? Ja, okay. Das war jetzt komisch. Na, naja. Jo. Oh, wieder so... Naja... Ich... Mutschum? Ne, wie heißen die? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Du. Was ist denn hier? Nix? Sieht aus wie ne Boote. Ja, aber ich glaub... Ich glaub, da ist nix. Oder es wird spät... Oh nein. Oh, daran kann ich mich noch ein bisschen erinnern. Das war ne Scheißstelle, glaube ich. Ja, deswegen. Ja, aber immerhin sind wir stark genug, um die zu besiegen. Das ist gut. Ja, klar. Also, wenn man früher hier, dann hätten wir es... Nee, nee. Hätten wir nicht die Techniken. Ja, und vor allem... Oh, ich guck mal zu lang. Aua. Hätten wir die, äh... Hätten wir im Mega-Dramon nicht bekommen, hätten wir ja schon bereits ein anderes Team gewonnen. Ja, ja. Und wer weiß, zu wem der dann werden würde, ne? Ja. Ja, rein theoretisch haben wir jetzt sogar einen Freifahrtschein für den Ultimate Deton, weil wir haben ja was gefunden, ne? Eigentlich. Ja, eigentlich, ja. werden wir nicht bald benutzen und vor allem deswegen ja vor allem deswegen weil wenn man ein item benutzt dann ist das bisschen blöd dann steigen die werte nicht wie normal das bleibt immer auch schwach sowas war hier nochmal okay, someone is here, where is it? okay ok, ich speichern mal kurz vorsorgsalber ja hehehe, I trust this is the bad computer hehehe oh nein was machst du denn da? hey, he's the one, hey hey, what are you doing? yeah, I'll destroy everything all bad things oh nein oh nein oh nein oh nein, he's crazy, he's an ultimate digimon but we have to suck him hehehe, I'll destroy you all oh my god oh my god oh my god oh my god oh 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 man oh 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 Ja, 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 klar. Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Jetzt bleibt das da die ganze Zeit, aber es macht viel Schaden. Es macht echt viel Schaden. Yeah, mach fertig, los! Mach nochmal! Yeah, sauber! Und nochmal! Dumb. Yay! Lol, und die Attacke hat ihm gar nichts gebracht. Naja. G-Roman. G-Roman. Drop Defense Ship. Und 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 und? Und? Die LED-Programm learned. Nice. Delete-Programm. I'm losing power! We are losing on electricity. Let's ask Andromans to stop the factory waste water. Okay. Okay. Kannst du ihn noch ansprechen? Nee, der legt ihn wie. Aber geil! Ähm. Okay. Oh nice. Oh, krank! Viel Power! Um... Für was? Für was? Für Winterblast, oder? Ja, äh, ja, ja. Weil das ist ja... Oder? War das nicht? Ähm... Deans? Warte mal. Ich guck mal ganz kurz, wie das auf Deutsch hieß. Ähm... Ich glaub es hieß Formatierer, oder nicht? Okay, hier ist auch noch was. Ich weiß nicht was. Keine Ahnung, ich kenn die Attacke wirklich nicht so gut. Oder gar nicht sogar. Ich glaub Formatierer ist das. Delete-Programm. Ja, Formatierer hört sich am Logischen an. Ja. Ähm... Was genau macht das jetzt hier? Ähm... Sure. Ah, ne. War doch nicht. Ist doch nicht Formatierer. Formatierer ist wie Warcry. Okay. Ach so. Ah. Versteh, ja, ich kenn das. Mit den Zahnrädern. Hm, genau. Ähm... Ja, die Frage ist jetzt... Was haben wir jetzt? Ah, ich glaub Löschung haben wir hier. Löschung. Okay. Ja, genau. Delete. Ja. Loll. Ja, genau. Das ist, äh, dieses... Aua, 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 aua. Ja, vielleicht... Hat er schon ausgeführt? Ja, genau das. 150, weiß. Ja, stimmt. Aber die gab's doch in der, in der, äh, Parlay-Edition. Aber... Oh mein Gott, das können wir auch noch lernen. Aber er ist... Ja. Aber er ist viel, viel später. Kommen. Ja. Boah, das ist ein heftiger Kompang. Ja. Ey. Ähm... Tadam. Ja. Wow. Läuft. Was war das? Ja, das war dieser Power... Links, Funks, ähm... Ähm... Powercrane. Achso, okay. Stimmt. Hebebühne. Ähm... Ah, okay. Ich glaub wir machen lieber Moderate. Ist besser. Okay. Jo. Hebebühne ist jetzt die, äh... Hebebühne ist die schlechteste Attacke und die macht 300 Schaden. Klasse. Ja. So nice. Okay. Nice. So. Bam, bam, bam. Genau. Sieht voll nice aus. So. Und. Yes. Ah, aber noch was abgekommen. Oh, bitte. Boah, das wär so geil. Das wär so schön. Buh. Buh. Gardamon, schau. Mach eins. Und? All the range beams out. Oh, lol. Wie geil. Was zur Hölle, ey? Jetzt haben wir so'n Glück damit. Was soll denn das? Auf einmal, ey. Auf einmal. Ja. Geil. Das ist echt ne richtig geile Attacke. Für was? Delete Programmers langsam. Ja, wie viel macht das denn? Warte, geh nochmal zurück. Ähm. Ohohohoho. Ähm. 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 Für... Megaton Punch? Ja, ne? Ähm. Ne, ne, nein, nein. Für Powercrank machen. Megaton Punch? Schnell. Ja, ich würd Powercrank nehmen. So, ne? Ja. Oh. Sauber. Geil. Range. Range. Autopilot. Äh, ja. Defense Chip. Okay, und hier kann man sein... Äh. Also wenn man quasi'n Mami-Mon hat, kann man das zu Metall-Mami-Mon hier umkonstruieren lassen. Aber... Pff. Das sagen wir jetzt so, weil wir's eh nicht machen werden. Wir schaffen das nicht. Ja, also... Es ver... Es verändert sich einfach nur der Typ. Mehr nicht. Also... Ja. Außer es kommt... Ähm. Also ich... Ich wär interessiert an... Oh nein. Oh... Ne. Jetzt kriegt er einen Fehler. Ähm. Ich wär interessiert an Anfragen von wegen... Ja... Also ihr könnt mich schon fragen, ja... Kannst du eventuell noch ein paar andere Digimon zeigen? Ja. Und so. Ähm. Gerne. Könnte ich machen. Aber erst nachdem ich äh... Mein Let's Play hier fertig habe. Das könnte ich dann eventuell auch machen. Ja. Ja. Das ist so ne nice Attacke, echt. Ja. Echt krass. Hahaha. So viel Glück, ey. Kann man gar nicht haben. Ja. Boah. Abgekehrt. Und? Haut den Lukas. Yeah, nice. Aber jetzt... Jetzt bringt's immerhin was mit... Mit Model Raid, ne? Ja. LOL. Ein... Ein... Guardian, Mann. Ja. Stimmt. LOL. Das ist ja fast wie... Wer das Spiel kennt... Äh... Fast wie... Äh... Maniac Mansion. Also... Day of Death to Tackle. Äh... Ich bin noch richtig. Ich bin noch... Äh... Nicht auf dem Boden. Zum Glück. Ja, wer das... Wer das Ende von Day of Death to Tackle kennt... Äh... Ach, Mist. Der weiß, was ich meine. Mhm. Okay. Also ich kann's nicht. Ja. Ja, es ist ein Part of Click Adventure. Okay. Da bin ich sehr bewandert. Aua. Nice. Nice. Stimmt. Ich wollte eigentlich nur nachgucken, wie die Numemons heißen. Aber ich find die Seite nicht. Okay. Model Raid. Kann schon. Das war ja... Das war ja bei... Bei Dingens, ne? Bei Showrun. Den ich... Der... Der übrigens irgendwie da... Ich find den echt cool. Schwierig. Ja, kommen wir ja noch hin. Ja. Wir brauchen da ja noch ein paar Sachen. Ja. Genau. So, der hieß... Ähm... Entweder Psyche... Psychemon oder Geremon. Ah... Geremon, glaub ich. Okay. Ja. Ich glaub der ist... Der ist... Ich glaub der ist Geremon. Okay. So, links können wir... Äh... Doch hin? Okay. Hä? Okay. Psyche... Psyche... Loll. Echt, äh... Das ist jetzt... Ja, Geremon. Ja, Geremon. Ja, das wollte ich jetzt nicht machen, aber... Okay, dann... Wer war denn dein Psychemon? Ähm... Ich glaub das war das andere Gabomon. Das bunte Gabomon. Ah, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Ah, geil. Also wenn ich mich jetzt nicht höre, Mann. Ja, es muss... Es muss eins von denen... Ja. Es muss eins... Es muss eins von denen sein, die... Äh... Die vor dem... Die vor... Wie heißt das denn nochmal? Äh... Vor dem... King Superman waren. Weißt du? Aha, ja, ja. Vor der Angel und so. Einspielen. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Okay. Ja, nun da war ja glaub ich das Gabomon. Ähm... Aua, schlecht. Okay. Aua. 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 Also das äh... Das Gift ist man ja schon jetzt ordentlich Scham mittlerweile. Ja, stimmt. Und ich hab nix womit ich das kann. Ja, das Problem ist auch aber... Äh... Das Problem ist auch, ich glaub diese Variable Chips... Die Variable Chips für Statushaltungen können man glaub ich nur am Anfang kriegen oder man kauft sie halt, ne? Ja. Und für Kauf ist halt... Ja, genau. Herzverschwendung ein bisschen. Ja. Jo. Huh. Oh, ey, ich glaub alle... Ich glaub zwei von deinen Attacken sind jetzt schon stärker als deine Finisher-Attacke. Ja. Ja. Stimmt. Schon krass, ey. Krass. Und er geht überall. Er geht irgendwie... Ja. Über... Über die Luft. Na gut. Hast du noch Hunger? Nee, ne? Schön. Dann machen wir hier... Einen Cut. Und sehen uns beim nächsten Mal. Äh... Wenn... Es heißt... Megadramon stirbt. Stirbt. What the fuck? Äh... Nein! Nein! Er war so gut! Nein! Er war so gut! Er war doch erst 16 oder 17. 17. Ja. Nein! 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 It seems Shino has faded away. Before fading away, he gave birth to Digitama. He will be reborn with his abilities. Which egg do you want? Und wir machen jetzt einen Cut. Wir machen jetzt einen Cut. Und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi Li! Ja, trauriges Junge. Tschüss! Ja, trauriges Junge.